In Kindergärten, diese, weiß ich nicht, wie es da heißt, diese Elternversammlung, was da gibt, da gibt es noch diesen Elternbeirat im Kindergarten, dass man sich dort wählen lässt, in den Schulen, die Elternvertretung von den Schulen, dass man sich dort wählen lässt, dann auch in den Vereinen, nicht nur ihre Kinder hinschicken, auch dort versuchen, den Verein aktiv mitzuwirken, irgendwelche Positionen übernehmen und nicht nur, wie es gerade in Großstädten geschieht, aber leider werden sie dazu meistens gezwungen, dass man eigene ausländische Vereine gründen. In Nürnberg haben wir schon viele türkische Fußballvereine, aber warum? Weil hier die Türken leider in diesen deutschen Fußballvereinen sich nicht wohlfühlen, weil sie spüren, sie werden diskriminiert, sie werden anders behandelt, weil sie zum Beispiel nicht nackt duschen wollen. Die wollen das nicht akzeptieren. Was bleibt einem anders übrig, wieder eigene Vereine zu gründen? Aber genau das ist das Falsche. Die Muslime sollen uns hier aktiv einbringen. Die Muslime sollen versuchen, hier in den Gemeinderat sich wählen zu lassen, dass sie aktiv Positionen beziehen, dass sie im Stadtrat vertreten werden. Denn unser Aufgang hier, unser Blühen des Islams und das Bewusstsein der Muslime hier, unsere Rettung von den Schikanen der Politiker und den Medien liegt, dass wir uns wirklich in die Gesellschaft hier einbringen, dass wir Parteien gründen. Es ist sehr wichtig für uns Muslime, weil leider es gibt keine politische Partei hier, die wo irgendeine Interessen von uns vertrete. Und angefangen mit dem Kopftuch. Alle Parteien sind sich einig, die wo das Kopftuch verflugen, beschimpfen, als diskriminieren, obwohl es ein religiöser Aspekt ist. Sie beleidigen und beschimpfen täglich unsere Religion. Sie sagen, das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung, aber Allah sagt es anders. Sie beleidigen uns damit. Wollen Sie es besser wissen wie Allah? Wer hat den Kopftuch verpflichtet? Allah oder Sie? Und Sie sagen uns, das Kopftuch ist eine Unterdrückung, ist eine Minderwertigkeit der Frau. Aber Allah sagt, das Kopftuch gibt der Frau Ansehen. Es gibt sich als ehrbare Frau zu erkennen. Also beleidigen Sie uns jedes Mal. Sie erschweren uns. Wenn man jetzt sieht, neue Urteile sind gekommen, dass Mädchen sich von Schwimmunterricht nicht mehr befreien dürfen. Was sollen die armen Mädchen machen? Sie werden nun mal erzogen, dass sie ihre Scham bewahren sollen, dass sie auch die anderen nicht so lag sehen sollen. Jetzt werden sie bei Gericht gezwungen, dorthin zu gehen, zum Schwimmunterricht. Was sollen die armen Mädchen machen? Jedes Mal Sportunterricht krank machen oder was? Sie, die Gesellschaft, drängt die Muslime raus hier, obwohl sie sich einbringen wollen. Wo ist ein Problem? Warum kann man nicht Schwimmunterricht in den Schulen für die nur für Mädchen machen, nur für Jungs? Wo ist das Problem? Es gibt hier sogar ein paar Schulen, die haben Proben gemacht, sie haben nur Jungklasse und Mädchenklasse gemacht und seltsamerweise. Die haben besser gelernt, getrennt, wie gemischt, kam bessere Ergebnisse raus. Warum will man immer gegen Gottes Gebote vorgehen? Mit Bewusstsein. Aber mit diesen Aktionen wird keine Integration kommen. Deshalb ist es für uns Muslime wichtig, dass wir uns stark einbringen. Dass wir zeigen, wir leben hier in Deutschland gern. Wir respektieren das Grundgesetz. Das Grundgesetz steht ja auch mit gegen den Islam. Wo gibt es ein Gesetz, wo man sagen kann, dass es gegen den Islam geht? Das gegen alles Gebote. Finden wir im Islam ja auch. Wir sollen die Menschen achten, wir sollen das alles machen. Also wo haben wir Probleme? Deshalb können wir mit dem Grundgesetz sehr wohl hier gut leben. Aber die wollen uns einreden, wir könnten das nicht. Ja wer ist Moslem? Wir oder die Kafirs? Wir sind die Muslime. Warum wollt ihr nicht unsere Stimme akzeptieren, wenn wir sagen, wir können mit dem Grundgesetz hier sehr gut leben? Warum will man uns einreden? Nein ihr könnt das nicht. Weil ihr am Koran festhaltet. Meine Güte, wer ist der Muslim? Wir oder ihr? Aber leider die Muslime sind auf dem Bereich noch nicht aktiv. Die müssen sich mehr hervorbringen und vielleicht mit den Predigen von Pierre Vogel ist es ein guter Anfang, dass Muslime bewusster werden, dass sie spät auch erkennen, wir können nur eins erreichen, wenn wir eine eigene Partei haben. Islamische Partei oder wie es sich nennen mag, muss ja nicht unbedingt islamisch sein. Es ist recht einfach, es werden Interessen von Ausländern vertreten. Denn es muss nicht unbedingt Islam sein. Wir wollen nicht eine Scharia herbringen. Wir wollen, dass aber Muslime ihre Religion leben können. Dass Kinder die Möglichkeit bekommen, frei das Gebet zu besuchen. Dass Mädchen die Möglichkeit haben, die, wo wollen, ist doch alles freiwilliger Akt, dass sie an Schwimmunterricht mit Jungs nicht teilnehmen müssen. Warum sollen sie gezwungen werden? Und da sagen die, nein, das ist Integrationshemmend. Was verlangen sie? Dass den Schwimmer dann Sina machen. Dass dann wieder ein elfiges Mädchen Mutter wird. Ist das denen die Integration? Wenn sie dann sehen, vor allem die Muslime, die zur frühen Pubertät kommen. Wenn sie dann sehen, einen zwölfjährigen Jungen, der schon richtig beharrt ist und das Mädchen denkt, na der Kerl ist doch reif für mich. Ist das denn die Integration dann? Oder ein Mädchen mit elf Jahren, das das Schwimmbad geht und dann voll aber schon die Brüste dran hat. Und der Junge sich sagt, na die passt mir doch richtig, die geben wir in die Kabine rein. Ist das dann die Integration, was sie wollen? Verstehen Sie da unsere Integration? Das ist nie unser Fall. Wir Muslime haben nur eine Möglichkeit, hier in der Gesellschaft auch wirklich anerkannt zu werden. Auch politisch aktiv zu werden. In Stadträten sich rein wählen zu lassen, im Land reden, im Landtag und dann später auch mal in der Bundesebene. Dann nämlich, wenn die anderen politischen Parteien erkennen, sie können mit den Muslime keine Hetzen mehr betreiben, dann wird das aufhören. Weil die Medien werden von den Politikern beeinflusst. Wenn also die Hetze aufhört, wenn der Politiker merkt, und von der CDU, SPD, wie auch immer, wenn er merkt, er kriegt keine Stimmen mehr mit Hetze der Muslime, dann redet er wirklich sachliche Themen an. Und dann erst haben wir Muslime uns darüber. Und dann, wenn wir sehen, wie die Medien auf einmal sehr wohl gute Berichte bringen können. Wie sie vielleicht mal eine Situation vom Propheten, so soll er ehrlich darbringen, als er nachts viel betete. Als er sich gekümmert hat über Sonstiges. Oder Ömeradouan der Kalif, als er nachts durch die Straßen gegangen ist als Staatsoberhaupt und sich um eine eigene Frau gekümmert hat. Vielleicht finden wir mal solche Artikel in der Zeitung drin. Statt immer nur Hetzkampagne oder irgendwelche Sachen, die wohl im Ausland passieren und uns Muslime alle vorgeworfen wird. Als ob wir daran beteiligt werden. Deshalb, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, bringt euch in den Schulrat ein, also Elternvertretungen, in Kindergarten, in den Schulen, in Sportvereinen, wirkt mit, macht Trainerschein oder was es alles gibt, Schiedsrichterschein. Bringt euch eine Gesellschaft und Zeitwissen Muslime, dass die deutsche Bevölkerung merkt, er ist ein Mensch wie ich. Er hat nur ein anderes kurzes Verständnis. Aber wir laufen zusammen, wir lachen zusammen, wir haben zusammen Spaß, wir spielen zusammen Fußball. Dass sie erkennen, hier wird Hetze betrieben, bewusst. Und nur das ist unsere Errettung. Wenn wir da nicht drauf hinarbeiten, wenn wir es nicht schaffen, uns besser zu organisieren, nicht solche scheinlichen Islamkonferenzen, was der Schäuble da bringt, sondern wenn wirklich da von der politischen Seite die Muslime eingeladen werden, die im Islam praktizieren, weil das ist ja der Hauptbestandteil. Nicht die Muslime, die im Islam vorbeigeht. Denen ist das ja egal, die haben ja keine Probleme. Der Staat hat Probleme mit den Muslime, die im Islam leben, die praktizieren. Deshalb muss man sich mit denen am Tisch setzen. Und dazu gehören wir zum Beispiel. Wir leben im Islam, wir beten, wir fasten, wir gehorchen alles geboten. Auch wenn wir sündhaft sind, aber wir bemühen uns. Deshalb muss mit uns das Gespräch geführt werden. Nicht mit einem irgendwelchen Atos, die irgendwo da mit zu einer Feier geht und dort Alkohol reinkippt und dann nicht verdreht den Islam mit einer Weitflasche in der Hand oder was. Das ist nie für uns Muslime das Sinn. So, dann wenden wir das für heute.